Meine Damen und Herren, ich habe eine Überraschung. Unser Podcast ist heute präsentiert. Mein Name ist Nizar, das ist der Fantastische Sayan. Wir kommen zu einer neuen Folge von Die Deutschen. The Germans. You wanna know we, Papi? You know, we know, they don't, Tati. I know we can do it, I reason know. And you will be, and I wanna dance and dance like low. And I wanna see what you wear right low. I'm gonna be in the way though. How deep is your love for, how deep is your love for me? What you wear and I wanna freak? And I'll sing when I know I want, what you keep on, what you keep on, what you keep on, what you keep on, what you keep on. How deep is your, how deep is your love for me? Das ist so geil. Ey, wir müssen eigentlich. Ich war früher Armbi. Ja, komm, wir müssen eigentlich, weil die sind ja Penner jetzt. Wir können, wir buchen Drill. Ja. Komplett hier. Ja. Und wir zwingen die, dass du als Liedsänger und die performen, die singen die Backings so. Und wir nehmen so heute ein bisschen Rund. So nur für uns. Ja, das wäre geil. Kostet ja nichts mehr. Echt? Nein, nein. So fünf Bugs? Nein, fünf Bugs. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's, Alter? Wie geht's gut? Ich habe heute ein Thema für meine Zuhörer. Das kann nicht gut werden. Ja. Das wird schlecht enden. Ja, also die Bilder sind auch sehr eklig, aber es ist ja ein Podcast, ihr werdet die ja nicht sehen. Ja. Wir blenden das ja auch nicht ein, weil wir sind auch nicht so professionell. Aber vielleicht ändert sich das so bald. So, meine Damen und Herren. Cheyran, mein Schatz. Ja. Die 19 ekligsten Speisen und Delikatessen. Ich will das nicht sehen. Nee, du, ich zeig's dir nicht. Ich lese nur vor. Ach so, okay. Ich bring's dir, das zu zeigen. Ja, aber das ist ekelhaft. Okay. Ich krieg's diesen Würgereiz. Also, einmal gibt es, wir diskutieren jedes auch aus, so was man eventuell sich geben könnte. Okay. So. Also du fragst mich jetzt. Ja, eins heißt Balut. Ich denke, das ist Balut. Ich weiß nicht. Ausgebrütetes Vogelei. Balut sind ausgebrütete Vogeleier, die vorwiegend auf den Philippinen und in Vietnam, schöne Grüße als Nantuti, als Delikatesse gelten. Sie werden ab dem 14. Bruttag verkauft, wenn der Fötus deutlich gereift ist. In Vietnam werden Eier ab dem 19. Bruttag bevorzugt. Die haben's ein bisschen später. Die wollen diese zwei Tage, sind denen wichtig. Wenn der Körper fast ausgewachsen ist. Da in den USA viele Philippiner leben, sind Balut-Eier dort inzwischen auch erhältlich. Das Eigelb schmeckt nach Eigelb, das Küken nach Hohn. Willst du ein Bild sehen? Das ist nicht so schlimm. Okay. Würdest du's essen? Boah. Würdest du's essen? Mir wird's schlecht. Echt jetzt? Ja, Mann. Geil. Das war der Effekt, den ich wollte. Das ist ja so halbfertig. Ja, klar. Ausgebrühtes Küken nach dem 19. Tag. Boah. Bruder, wie kann man sowas essen? Indem man ein Vietnameses oder ein Filipino. Spino. Würdest du das essen? Ich hab jetzt so nichts. Ey, du bist krank. Wieso? Ich schmeiß dich aus GbR raus. Du isst doch auch Nuggets. Genau. Die sind gleich groß. Ja, aber das ist kein... Ich mach Paniermehl drauf und brach dir das an. Oder beißt du rein wie beim Dings und sagst dann, irgendwie stimmt daraus nicht. Boah. Mir ist schlecht. Und das war der letzte Platz? Das war eine... Kranke Welt, Mann. Die Menschen sind krank auf dieser Welt. Okay. Boah. Also ich find das jetzt nicht so abschreckend. Ich kotze gleich. Okay. Dann gibt's... Also ich kann's nicht genau aussprechen, ja? Kasu Matsu. Da ist bestimmt eine Katze dabei. Nein, nein. Schafmilchkäse. Ja, okay. Mit Maden. Dieser Schafmilchkäse aus Sardinien erhält sein leckeres Aroma durch den Verdauungsprozess von Maden. Beim Verzehr des Kasu Matsu befinden sich diese auch noch im Inneren des Leibs, werden allerdings nicht von jedem mitgegessen. Bis 2005 war der Verkauf des Kasu Matsu, was wörtlich übersetzt verdorbener Käse bedeutet, verboten. Aus Sorge, die Fliegen, die ihre Eier im Käse ablegen, könnten zuvor mit Kot oder Kadaver in Berührung gekommen sein. Also das ist das Schlimme. Inzwischen wird er unter strengen Hygieneauflagen wieder legal hergestellt und als Delikatesse verkauft. Das Bild ist nicht so schlimm. Ernst jetzt. Wirklich. Nein. Nein. Nein, ich will das nicht sehen. Ich schwöre. Ich glaube dir nicht. Nein. Du bist keine vertrauenswürdige Person. Nein, in Herrn Ernst. Du bist nicht Kreditwürdig. Nein, wirklich. Nein. Ich würde eh niemals Kredit nehmen. Das ist... Ich will das nicht sehen. Man sieht die Maden nicht. Ich schwöre, man sieht sie nicht. Ich schwöre. Guck so. Habe ich gelogen? Nur das Mögliche. Nein, aber das sind... Was ist das denn? Man sieht die Maden nicht. Ernsthaft? Das ist jetzt nur der Käse. Das sind doch die Maden. Nein, 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 nein. Das ist das Innere des Käse. Aber der Käse ist halt so verschimmelt. Das weiß ich, warum es Krankheiten auf der Welt gibt. Ja, weil der Käse so wie Brot aussieht. Stimmst du? Sieht eher aus wie Brot, oder nicht? Ja. Das ist für mich auf gar keinen Fall. So Maden, da bin ich raus. Niemals. So. Ich esse nicht immer Spaghetti vom Pakistaner. Weil ich muss vom Italieners essen. Pakistanische esse ich beim Pakistaner. Ja, genau. Nicht bei Ihnen. Lass uns nicht betrügen. Ja. Was erwartest du von mir? Aber du isst Pizza beim Marokkaner. Bei wem? Achso. Ja, das sind aber italienische Köche. Ja, genau. Die sehen aus wie ich. Das ist egal. Die kommen aus Süditalien. So. Drittens. Ja. Okay, das ist jetzt etwas Bekanntes. Da gibt es frittierte Insekten. Frittierte Insekten. Frittierte Insekten gibt es sowohl in Kambodscha. Ja, sowohl auch. In Thailand oder China. Auch als auch in Mexiko. Die Eiweiß- und proteinhaltigen Tiere werden meistens geröstet oder frittiert und erinnern ein bisschen an Chips. Du bist aber nicht so der Chips-Typ, ne? Warum darf jeder Mensch... Ich kacke jetzt irgendwo rein. Gelegentlich gibt es frittierte Heuschrecken auch mit Schokoladenüberzug. Wäre es dann eine Option? Warum darf jeder das Delikatesse nehmen? Wäre es eine Option mit Schokoladen? Nein. Hast du in deinem Urlaub in Thailand auch schon ein paar Insekten geknabbert? Nein. Das sieht nicht ekelhaft aus, wirklich. So. So von weitem... Sieht aus wie Schrimms. Genau, von weitem könnte man denken, ne? So jetzt? Ja. Oder sagst du auch schon hier... Ich würde das niemals essen. Ne, aber so von Optik. Nein, von Optik nicht. Ist okay noch, ne? Ja, okay, das ist jetzt so Geist... Wo ich sage, Geist ist krank. Wenn ich das sage. Frittierte Skorpione. Skorpione gehören in manchen Gegenden Chinas zu einer gut sortierten Imbissmeile, so wie bei uns Fritten und Bratwurst. Auch in... Auch in Thailand kannst du Skorpione im Restaurant bestellen. Sowohl frittiert als auch gekocht. Da muss man gucken, ne? Bis auf den Stachel ist er komplett genießbar, wobei die Schale entfernt werden muss. Geschmacklich erinnert er an Hummer. Echt? Guck mal, die gibt's so am Spieß. Guck, neben Fleisch einfach. Okay, das ist bekannt. Das finde ich nicht ekelhaft. Froschschenkel. In Frankreich ist die Froschschenkel-Suppe am populärsten und eine beliebte Delikatesse. Doch auch in der Karibik und in immer mehr westeuropäischen Ländern werden Froschschenkel serviert. Geschmacklich erinnert der kleine Schenkel an Hühnchen. Das stimmt. Zubereitet wird er meist mit viel Knoblauch. In Peru gilt ein Cocktail mit püriertem Frosch als Aphrodisiacum. Peruanisches Viagra. Immer wieder geraten die peruanischen Barkeeper in die Kritik, weil für den Cocktail der Frosch noch lebendig gehäutet und in den Mixer gesteckt wird. Guck, wie asozial entsteht hier. Noch ist der Frosch munter. Bruder, weiß ich, was ich machen würde? Einfach so, weil das wäre lustig. Guck mal, die müssen den ja so lebendig in den Mixer... Ich würde einfach hier einen Frosch tun und hier den Mixer was so ranhängen, was der haben will. Dann wird er so freiwillig da rein. Ach du Scheiße. Dann wird er so zerfetzt. Boah, mir wird schlecht. Okay, das sieht lecker aus. Das meine ich echt ernst. Gebratene Schlange. Klapperschlange, Wasserschlange oder Würgeschlange, in vielen Ländern der Welt gehören sie zu einem guten Barbecue, genauso wie in ein gut sortiertes Restaurant. Nicht nur in China und Thailand wird Schlangefleisch zubereitet, sondern auch in einigen Teilen der USA wird es gerne auf den Grill gelegt. Geschmacklich erinnert es ein bisschen an Aal. Es kann aber auch sein, dass hier das Auge mit isst und unseren Geschmack dadurch beeinflusst, weil die Schlange auch optisch dem Aal ähnelt. Ich hause Schlangen. Ja? Ich ekele mich vor Schlangen. Spinnen ekele ich mich nicht so, aber Schlangen. Okay, da du dich nicht vor Spinnen ekelst, ist das nächste gebratene Spinne. In Kambodscha gehören gebratene und frittierte Spinnen zu den anerkannten Nahrungsmitteln. In vielen Orten tragen Straßenverkäufer Tabletts mit zubereiteten Spinnen und bieten das so als Snack für zwischendurch an. Für viele Mitteleuropäer mag gerade diese Speise eine echte Herausforderung darstellen. Ja, weil die intolerant sind. In Kambodscha hingegen helfen Spinnen, den Hunger zu minimieren. Oh, okay. Okay, das ist ganz schlimm jetzt. Ja. Ah. Was? Nicht zeigen. Nee, das Bild ist normal. Wirklich. Gefüllte Meerschweinchen. Was? Ich schwöre, die kleinen Nagetiere sind bei uns als Haustiere besonders bei den Kindern beliebt. In Peru und Ecuador kommen sie nicht selten in den Packofen, oft mit Kräutern gefüllt. Was? Doch Vorsicht beim Verzehr, da die Kleintiere häufig unter Krankheiten leiden, besteht die Gefahr der Ansteckung mit Beulen oder Lungenpest. Warum isst man sowas? Wenn du nichts zu essen hast, verstehe ich das. Wenn du kein Geld hast oder im Dschungel lebst. Ja. Aber warum isst du das als normaler Mensch? Vor allem in... Neun, gegrillte Ratte. Vor allem in Teilen Kambodschas, da sind sie wieder, ne? Boah. Was los mit euch Kambodschas? Gegrillte Ratte. Gelten Ratte als Delikatesse. Üblicherweise werden sie gegrillt, können aber auch gut als Suppenfleicht angerichtet werden. Geschmacklich erinnern sie an Schlange. Ja dann? Die ihrerseits, wie oben erwähnt, an Aal erinnern. Also Ratte schmeckt wie Aal. Übrigens ist Ratte in Deutschland auch zu bekommen. Nicht gerade die Kanalratte, die befinden sich in den Modus Mew Playlists, sondern die Biberratte, auch als Nutria bekannt. Im Onlinehandel können sie das Fleisch für etwa 15 Euro das Kilo bestellen. Gut. Eigentlich könnten wir das Business starten. Geschmackliches Nutria-Ratte, ein wirklicher Leckerbissen. Okay. In diese Länder darf ich nicht reisen, weil dann wäre ich der Leidtragende. Affenhirn. Früher wurde Hirn auch in Deutschland gern gegessen. Ich esse ja auch Hirn. Vom Schaf, von der Kuh, so esse ich ja. Gern gegessen heute ist es eher eine Seltenheit, ausgelöst durch die Erkenntnis, dass die BSE-Erkrankung durch den Genuss von Nervengewebe verursacht werden kann. In vielen anderen Ländern gehört es jedoch nach wie vor auf den Speiseplan. Vorwiegend wird das Hirn von Rind, Kalb und Huhn verwendet. Genau, würde ich alles essen. Doch auch Affenhirn ist in manchen Teilen der Welt verbreitet. In Asien gibt es heute noch einige Restaurants, in denen Affenhirn von lebenden Tieren angeboten wird. Rohes Hirn hat einen leicht nussigen Geschmack, während es gegart an Leber erinnert. Boah. Hier bist du eventuell Hühnerfuß, Entenfuß und Vogelfuß. Warum ist man ein Fuß? Erklär mir das mal. Also wenn du mir den zubereitest, der sieht nicht schlecht aus. Guck mal, der sieht aus wie so hier. Vogelfüße werden in vielen Teilen der Welt gegessen. Du kannst die sowohl... In Kabotcha ist das... Du kannst die sowohl in deinem Südamerika-Urlaub als auch in Kabotcha oder China probieren. Was ist mit Kabotcha los? Ich weiß auch nicht, was du... Sie finden als Beilage gefüllt oder in Suppenverwendung. Gegrillt sind sie vor allem für diejenigen eine Freude, die vorwiegend die Haut vom Geflügel naschen. Denn vielmehr ist nicht dran an einem Vogelfuß. Okay. Boah. So, Bruder. Okay, wenn du das schon sagst, das ist ganz ekelhaft. Mami's Milkmozzarella. Weder verbreitet noch eine Tiroler Spezialität ist der Muttermilchkäse. Die Idee zu dieser extravaganten und zweifelsohne skurrilen Gaumenfreude hatte der Gourmetkoch Daniel Angerer. Was ist los mit dir? Nachdem seine Lebensgefährtin nach der Geburt der gemeinsamen Tochter so viel Milch produzierte, dass der Überschuss entsorgt werden musste. Da der Tiroler dies als Verschwendung ansah, entwickelte er den Mami's Milkmozzarella. Die ethischen Geschmäcker streiten sich über den Genuss dieses außergewöhnlichen Brotaufschnittes. Doch für den neugierigen Gaumen ist er sicherlich eine weitere interessante Variante im kulinarischen Allerlei dieser Welt. Der Schreiber hat sich richtig übergegeben. Von der Muttermilch? Von seiner Frau, die Zitze, kann ich mir was aufs Brot schmieren? Ja. Ist die dann so morgens beim Buffet dabei oder was? Ja, genau. Ist sie frisch? Was ist mir aufs Brot? Frisch ist wichtig. Boah, Brot. Die Welt ist nicht mehr zu helfen, oder? Ja, okay. Jetzt gibt's so Leute, wie könnt ihr das sagen, das ist Essen? Ihr müsst Respekt haben. Boah. Wenn jemand mir das sagt, ich steck ihm so ein Skorpion in den Hintern rein und sag, iss ihn. Okay. Surströming. Gegärter Hering. Der Surströming ist eine Delikatesse aus Schweden, bei der es sich um vergorenen Hering handelt. Vergorenen? Ja. Zu kaufen gibt es den Fisch in Dosen, die sich aufgrund des anhaltenden Gärungsprozesses gelegentlich wölben können. Aus Angst vor Explosionsgefahr haben einige Fluggesellschaften die Mitnahme des Surströming verboten. Also informiere dich vorher, ob du dieses Souvenir aus deinem Urlaub in Schweden mitbringen darfst. Geruch und Geschmack des Fisches sind sehr intensiv und lösen bei Menschen, die mit dieser Spezialität nicht vertraut sind, gelegentlich Ekelgefühle aus. Boah. Ey, das ist richtig ekel. Okay, von wie vielen Punkte waren das jetzt? Warte, wir sind noch nicht fertig. Was fandest du am schlimmsten? Vom Ekeldasein oder von an sich das Tier? An sich. Wir sind noch nicht fertig. Schlange und Maden. Okay, guck mal, das ist krank, weil dieses Volk ist eigentlich für seine Intelligenz bekannt, aber das verstehe ich nicht. Nakji. Also hier siehst du ja ganz normal einen Oktopus. Er siehst du ja auch. Gegrillt. Ja, aber jetzt pass auf. Apropos Tintenfisch. Nakji ist eine koreanische Delikatesse und noch lebend servierter Oktopus. Das Essen wird vielen zum Verhängnis, denn in seinem Überlebenskampf hält sich der Tintenfisch mit seinen Saugnipfen an allen fest, was er greifen kann. Zur Not auch an Zunge und im Hals. Es gibt jedes Jahr mehrere Tote in Korea. Es gibt anscheinend Gerichte, die in ihrer Unappetitlichkeit nur durch ihre Tödlichkeit getoppt werden können. Dann fragen wir uns, warum wir in so einer Krankheit stecken. Oh Gott, ey. Dann hier. Das ist ja... Ja, das kann ich nicht vorlesen. Warum? Weil es gegen die Nisar-Prinzipien... Ja, lass mich vorlesen. Ja, das ist nicht vor. Guckst du dir nur an. Ja. Ich will nicht, dass das Wort hier fällt. Was? Jak? Pinis? Jak Pinis? Ist das wieder was Chinesisches? Ja. Jak Pinis. Genau, genau. Okay. Was ist Jak Pinis? Ich weiß es nicht. Lass mich doch vorlesen. Nein. Wie bespringen das? Ha! Meine Damen und Herren. Bist du bereit? Nö. Ich aber. Kasch oder Chasch. Der persische Name dieses Gerichtes bedeutet wörtlich Kopf und Huf. Wortwörtlich sind diese Körperteile eines Rindes neben dem Rindermagen Hauptbestandteil des traditionellen Gerichts. Jetzt wollte ich das schlecht drehen, ich würde es essen. Ich würde es essen. Krass. Kennst du das? Ja, gehört, aber noch nie gehört. Heißt das Chasch? Wie heißt das? Wird es ausprobieren? Ja, richtig. Chasch. Ja, ich bin doch Irana. Glaubst du nicht, ne? Warte, stand da KH oder nur Kamal K? KH. Ja, dann ist es Chasch. Ja. Ja. Oh, Mann. Das hat mir schlechte Laune gemacht. Ja. Und? Okay. So. Schwalbennestsuppe. Es gibt tausende Alternativen der Schwalbennestsuppe. In jedem Fall ist sie aber eine der teuersten Suppen der Welt. Okay, das hört sich erstmal normal an. Ja, die Nester, die aus dem Speichel der Vögel entstehen, werden mit Kalbsfleisch zu einer Suppe verkocht. Ach, ich scheiß doch auf sowas. Angeblich hat die Suppe eine Kräfte gegeben. Wer hat das erfunden, Mann? Weiß ich nicht. Ey, das ist echt. Es gibt schon verrückte Sachen, ne? Wirklich, äh. Oh, hier, da gibt's... Oh, also einige Sachen würde ich ja essen. Jetzt so Mäusewein, scharfe Kaninchenköpfe. Nee, ich bin da bei allem raus. Du bist bei allem raus, ne? Ja. Es gibt nichts... Du bist ja kein ungewöhnlicher Esser auch, ne? Nein. Du bist ganz normal. Burger, Pizza. Kein Krokodilfleisch, kein Schlange, kein Hirsch. Ich ess nicht mal Hirsch. Warum? Es schmeckt gut. Ich hab Hirsch gegessen, Reh hab ich auch gegessen, Pferd hab ich auch gegessen. Kannst erstmal nicht Bambi essen. Ich hab ja nicht Bambi gegessen. Und ein Pferd... Ja, ein Pferd. Ein Pferd. Jan. Nee, ich bin da raus. Aber was ist der Unterschied... Ich glaub... Aber gibt's ja auch in asiatischen Ländern ein normales Essen? Ja, ne? Ja, klar. Essen wir doch die ganze Zeit. Was ist der Unterschied für dich zwischen einem Pferd und einer Kuh? Einiges. Ich glaub, der Boss ist da. Naja, ich hör seinen iranischen Akzent. Ich finde, das ist das gleiche Tier, ein Pferd und eine Kuh. Warum? Was? Wenn ich ein Pferd nehme und so schwarz-weiß Punkten so anwale, nimm so Hörner an, zieh. Vielleicht ist es auch so, weil du als Kind... Ja, an das, an was du gewöhnt bist. So ein Kambodschaner. Ein Kambodschaner. Guck mal, vor ein paar Jahren haben wir Leute mit einer Maske im Bus gesehen und wir dachten alle, boah, was hat der für eine Krankheit. Ja, so Michael Jackson, man dachte, der ist krank. Der ist krank. Jetzt, wenn du eine Maske nicht trägst, sagen die Leute, guck mal, was ein Depp. Die Maske kennt es nicht anders. Und so, ich glaube, wenn jetzt alle anfangen würden, Pferd zu essen, weil es ganz normal bei Burger King gibt, Pferdeburger. Ja, ich würde essen Pferdeburger. Ich meine, dann wird es irgendwann in zehn Jahren normal. Okay, aber ich meine, ich versuche es zu analysieren. Jetzt ernsthaft. So, wenn du sagst, Hund esse ich nicht, Katze nicht, Krokodil, Schlange, das macht für mich Sinn, weil das nicht familiär ist. Aber ich versuche jetzt zu analysieren, warum du nicht Herrsch oder Pferd isst, weil es für mich so ein Tier wie eine Kuh ist. Was ist denn ein Herbsch? Hirsch, was habe ich gesagt? Herbsch. Habe ich Herbsch gesagt? Ja, wer ist denn ein Herbsch? Ja, Herbsch ist ein Herbsch. Es muss noch entdeckt werden. Warum du nicht Hirsch oder Pferd isst? Könntest du nicht? Esel? Nein. Okay, wenn du kein Pferd isst, ist es... Aber Kuh. Hast du schon mal einen Esel gegessen? Ich glaube, ich habe Eselfleisch gegessen, jetzt ernsthaft. Das ist nicht das ernst. Doch. Ich habe ja auch Seehund schon gegessen. Der hat einmal mich gezwungen. Wer? Mein Vater. Was? Ich muss das Schafsgehirn essen. Ja, es schmeckt. Ekelhaft. Nein, das schmeckt brutal. Schafs Zunge, Schafs Auge. Warum ist es so ganz nicht normal wie ein Mensch? Das ist ein Mensch. So Auge. Warum soll man ein Auge essen? Warum nicht? Fischauge, Schafsauge schmeckt übertragen. Also guck mal, wenn ich Fisch esse, ich pole als erstes immer die Augen raus und esse die so. Vom Fisch? Ja. Ich mag das. Was schmeckt das? Das schmeckt so... Das ist so weich. Boah, ich geh jetzt auch. Nein, das schmeckt geil. Das hat so einen harten Kern. Ich bin so der Klassische. Ja. Gib mir eine Pommes. Ja, Pommes ist auch gut. Der isst auch so Fisch, Gehirn. Ja, geil. Der sagt, da ist Frost vor drin. Das macht einen intelligent. Ja, okay. Das ist so dieses, wie wenn man sagt, isst Spinat, das macht stark oder... Das heißt, von Tieren, du isst nichts Außergewöhnliches. Würdest du so Känguru-Hoden essen? Ja, das ist ja... Was? Sind wir beim Dschungelcamp? Ja, warum? Ist doch normal. Nein. Warte. Du isst aber Hähnchen, richtig? Ja. Jetzt geben wir diese vogelartigen Tiere durch. Würdest du eine Taube essen? Nein. Aber warum? Ich versuche es zu anbauen. Weil die aussieht wie so eine fette Nachbarin von mir. Okay, wenn du die Nachbarin nicht kennen würdest. Würdest du einen Truthan essen? Hab ich schon. Und? Kennst du einen, kennst alle. Ja, ist wie Hähnchen. Ja. Ja, kannst du auch einen anderen Vogel essen. Und trocken. Ja, würdest du einen anderen Vogel essen? Weil es ja ähnelt dir. Truthan? Ja. Hähnchen? Das war's. Das war's? Ja. Taube nicht? Nein. Wachteln? Nein. Raben? Krähen? Eulen? Nein. Komm, sollen wir jetzt dringen? Isst du einen Biber, isst du Fisch? Ja, okay. Fisch isst du generell nicht, ne? Nein. Gar nichts? Nein. Meeresfrüchte auch nicht? Also Meeresfrüchte bin ich eher raus. Ich würde eher einen Fisch essen. Also Fischstäbchen essen. Das ist so. Das ist so. Warte mal. Ich esse auch Seelachsfilet paniert. Ja, das esse ich. Der ist so süß wie so ein Kind. Ja. Weil ein Kind ekelt sich auch wie so mein Neffe. Der sagt, ey, ekel. So Seelachs paniert so aus dieser Packung. Ja, aus dieser Iglo. Ja, geht auch. Aber es muss der von Titanic, dieser Ding, drauf sein. Nein, es muss der mit dem Wart. Ja, von Titanic sag ich schon. Der Iglo. Ja, das heißt, deswegen isst du auch Fischstäbchen. Ja. Aber isst du Fischstäbchen gerne? Ja. Schmecken gut, ne? Ja, klar. Okay, wenn ich dir den Fisch geben würde, der in Fischstäbchen drin ist, aber ohne dieses Panierte und diese Packung ist das der Effekt? Ich wusste, da hab ich ja gezwungen. Ja. Ich war ja im Iran. Ja. Da musste ich das essen. Da hat er mir so einen Fisch gegeben, so ein Riesending. Ja. Ich wollte das nicht essen. Streit. Ich wollte weinen. Ja, der Arme. Weiß ich, als ich da war, keine Ahnung, 28 oder so, ich war 14 oder 15, nee, 16 war ich. Ja. Ich wollte nicht. Ja. Dann hab ich, glaub ich, zwei komplette Zitronen genommen. Boah, so betäubt. So komplett drauf gemacht, dass ich diesen Fischgeruch nicht mehr habe. Ja. Dann hab ich das gegessen, das war für mich so, jedes Ding war so ein Kampf. Ganz schlimm. Hast du, okay, das heißt, du bist wirklich simpel, simpel. Du probierst auch nicht so Sachen aus, ne, du bist kein Ex. Aber ich verstehe das, du hast diese Prinzipien wie ich. Ich hab ja auch so Speiseprinzipien, wo Leute mich schon versucht haben mit Gewalt. Guck mal, wir gehen doch jetzt in so einen neuen Laden. Ja. Den wir nicht erwähnen. Ja. Wie oft waren wir da jetzt da? Siebenmal? Ja, du isst immer Pizza. Und du isst immer das Gleiche auch? Ja, ich isst auch immer das Gleiche. Hauptspeise ist gleich schon Hauptspeise. Ja, ich hab so Prinzipien, die brech ich nicht. So bei Speises wie bei dir. Deswegen verstehe ich das. Ich versuche halt nur, wenn Sachen sich ähneln, warum du da raus bist. Aber ich kann es nachvollziehen. Alles andere ist natürlich ... Isst du eine Thunfischpizza? Thunfisch gar nicht. Thunfisch gar nicht. Ist voll interessant. Ich hab einmal Garnelen gegessen. Ja! Boah, Bruder. Das war ein Kampf für mich. Das hatte Augen gehabt. Ja, ich weiß. Sieht aus wie ein Insekt. Ja, das hat mich so angeguckt. Ich weiß. Und dann musst du so brechen. Ich krieg so Ekel, wirklich, wenn ich nicht darüber rede. Und jeder von meiner Familie, jeder, sagt, du bist geistig behindert. Nein, ich verstehe das, weil ich hab auch so Speiseprinzipien. Und dann hab ich das in so eine ... In so Barbecue-Sauce komplett. Nicht Barbecue. Wie hieß die so? Sourcream. Ja. Komplett. Komplett. Und nochmal so eine ganze Zitrone auf eine Garnele. Ja. Dass die gar nichts ... Die Garnele ist einfach betäubt. Alles sterben lassen. Jeden Geschmack sterben lassen. Zitrone. Das hat gar nichts zu tun. Ja. Das musste ich essen. Boah. Aber ... So wie meine Familie hasst mich auch. Ja, du bist halt ... Wir treffen uns ja jeden Sonntag. Jeden Sonntagsfamilien. Ja, dein Vater hat mir letztens erzählt. Da meinte er, mit dem ist kompliziert. Der so ... Dann hat er gesagt, die iranische Küche ist so reich. Genau. Wir haben so 100 Speisen. Aber er isst nur drei. Nein, drei ist jetzt übertrieben. Ja, aber ... Ja, aber nur diese ... Ich kann nur immer diese Sachen machen. Zum Beispiel, die wollen dann ... Zum Beispiel sonntags ... Wir gehen immer essen. Ja. Essen oder bestellen. Ja. Aber wir gehen jeden Sonntag essen. Das machen wir schon seit Jahren. Weißt du, wie oft manchmal kommt der Punkt ... Also, die lassen immer mich entscheiden. Ja. Dann sag ich da, sagt mein Vater, nee, da hab ich keine Lust. Dann sag ich da, sagt meine Schwester, nee, hab ich keinen Bock. Meine Mutter sagt, nee, nicht schon wieder. Waren wir doch vor zwei Wochen. Dann sagt meine Schwester, ey, da ist so ein neues afrikanisches Restaurant. Sag ich, niemals. Ja, du warst ja noch nicht da. Ja. Und mein Vater sagt aus der Küche. Ja, der ist doch dumm. Was diskutierst du mit dem? Und dann streit einfach eine Stunde. Ja. Und dann, sag, weißt du was, dann holt du dir was zu essen, wir holen was. Die wollten in ein Fischrestaurant gehen. Ich kam da hin. Ich habe zwei Stunden nichts gegessen. Ohne Witz. Du sagst, habt ihr Pommes? Die sagen, nee, ist leider aus. Ja, okay, dann esse ich nichts. Der Geruch auch, es war zu viel für dich. Ekelhaft. Ich kann das nicht einfach. Ich weiß nicht, warum. Es ist wie bei mir, ich hab so die Prinzipien mit süß und sauer mischen oder kalt und warm. Es gibt ja sehr viele Kulturen. Kalt und warm? Ja, es gibt ja sehr viele, erklär ich jetzt. Es gibt ja sehr viele Kulturen oder Länder, die mischen zum Beispiel, was ich meine, ist sowas wie süß-sauer. Oder die machen so Pflaumensüß-Soße auf gegrilltem Hähnchen. Mandarinen in die Soße für die Nudeln. So, das mag ich nicht. Gar nicht. Also ich bin auch nicht tolerant. Das heißt, tausende, die verschiedensten Leute können vor mir und garantieren, dass das Leckerste ist. Ich esse es nicht aus Prinzip wie du. Ich esse nichts Warmes, wo Obst drin ist. Eine Obstsoße. Ich mag auch nicht kalt. Kühe ist super. Ich mag auch nicht Nüsse irgendwo drin. Das gibt es hier auch. So Cashews. Ja genau, so auch nicht. Warum? Ja, weil das ist was Kaltes. Cashews Clay. Geil. Das war richtig gut, Alter. Cashews Clay. Cashews Clay. Die Marokkaner haben ja sowas voll viel. Guck mal zum Beispiel Marokkaner. Ja, die machen auch so Nüsse rein, gell? Genau. Oder guck mal zum Beispiel Marokkaner. Genau. Die machen so süße Sachen in ihren Couscous oder die machen, da habe ich selber gesehen, so Pflaumensauce oder Pflaumensauce auf warmen Essen, so auf Hähnchen oder die machen so Nudeln mit so Mandarinenstückchen. Geht nicht. Afghanen. Machen doch auch Rosinen in ihren Reis. Esse ich aus Prinzip nicht. So nett du bist, so toll du bist. Aber was, wenn du zu Besuch eingestellt hast? Ich esse nicht. Ja okay, warte mal. Du bist so ein Höfigkeitstyp. Ich weiß, aber ich kann nicht. Aber wie kommst du aus der Sache raus? Ich lüge. Zum Beispiel sagst du dann irgendwie, ich bin Veganer oder so. Oder du sagst, ich habe Fruktose. Ja genau, ja. Und deswegen mag ich zum Beispiel ernsthaft jetzt die türkische Küche, weil die machen solche Faxen nicht. Warm ist warm, salzig ist salzig, es gibt keine gemischten Geschmäcker bei denen. Und ich gebe ja selber zu, weil kommen wir zum Beispiel, mein Schwager ist ja Koch. Ausgebildeter. Ja ja, ausgebildeter. Also nicht einfach so, der kam hierher und hat angefangen. Ja genau, genau, genau. Ich glaube sogar, der hat einen Stern bekommen. Weil letztens hat einer so einen Podcast, hat einen auf Klugscheißer gemacht in den Kommentaren, weil ich so, der ist Sternekoch. Und dann hat einer geschrieben, der ist kein Sternekoch, der arbeitet in einem Drei-Sterne-Restaurant. Aber ich rede, nein, der ist ein Sternekoch. Glaube ich, würde ich sicherlich nichts falsch sagen. Ein Stern, ja. Ich meine, ja. Und der sagt auch immer zu mir, ey, du verpasst was. Es gibt so geile, warme angerichte Sachen. Genau, aber dann sagt er, wo Obst nur Beilage ist oder manchmal musst du irgendeinen Apfelgeschmack in die Soße machen, das gibt er. Und ich sage, nein. Aus Prinzip, das heißt nicht. Aber wenn du da hingehst, kocht er so geil? Ja, aber der kocht dann immer, was ich mag. Aber brutal. Wenn er mal was macht, brutal. Was ich also sagen will, ist, ich weiß, ich bin ein Dummkopf. Ich sage ja nichts anderes. Ich auch. Und ich weiß, dass das Delikatessen, also in allen Delikatessen, also alle Delikatessen dieser Welt allgemein oder so Fünf-Sterne-Restaurants und so, gibt es diese Sachen. Obst wird immer mit warmen Gemisch, Süßes mit warmen, Nüsse, Walnüsse. Ich esse das nicht. Aus Prinzip. Ich finde, das ist ja einfach normales Essen. Die wollen das pimpen, um es teuer zu verkaufen. Das ist so meine Meinung darüber. Aber was hat jetzt diese Walnüsse da zu suchen? Ja, die sagen, das gibt dem so einen Geschmack. Ich verstehe auch nicht, wie du so in Nudeln oder Couscous oder so Reis, so warum machst du da Walnüsse oder Mandeln rein? Gibt es ja, sozusagen mit Mandeln. Dann sagen die auch zu mir, ja, aber die Mandeln sind doch dann warm. Sag ich, ja, aber das gehört nicht rein. Ich kann das nicht. Deswegen esse ich ja auch, guck mal, du weißt, ich mag asiatische Küche, deswegen esse ich auch keine Süßsauersauce oder Sweet Chili. Guck mal, bei den Chicken Sticks. Stimmt, du nimmst doch Barbecue. Ja, ich mag kein Sweet Chili, weil das ist, was hat Chili mit Sweet zu tun? Warum mischst du mir das? Das gehört nicht zusammen. Deswegen mag ich, guck mal, du weißt, ich mag asiatische Küche. Ich mag keine thailändische Küche. Warum? Weil die voll viel mit Kokosmilch, Kokosmilch hat nichts auf warmen Essen verloren. Das ist so mein Prinzip, wo Leute sagen, ey, der ist krank. Wie ich bei mir bei Garnelen, Fisch und so. Ich sag, nein, mir egal. Alle sagen, das ist das Leckerste. Ich esse es nicht. Deswegen mag ich auch keine marokkanische Küche zum Beispiel. Gar nicht, weil die mischen, boah, die machen voll viel so mit süßen Sachen, mit Karamell. Tunesische Küche? Da gibt es das auch nicht. Da gibt es nur? Herisa. Genau, nur scharf. Herisa, you know what you want to be, Mamacita. And I win a dida. Herisa, I'm yes indeed, Herisa. And you will be, Herisa. And you will be back to me. Meine Damen und Herren. Ja. Danke für diese tolle Sendung. Ja. Jetzt wisst ihr, was ich und Cheyenne essen. Ja, also nichts. Wenn ihr uns einladen wollt, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Zehn Gerichte. Ja, was ihr zu tun habt. Das war mir eine Ehre. Das war mir auch eine Ehre. Danke. Ich habe irgendwie einen Bock auf Essen bekommen. Ja, aber wir müssen noch. Ja. Vielen lieben Dank, meine Damen und Herren. Bis dann. Ciao. Ciao.